Steigen in den Sitz, reinzusetzen. Achtung! Jawohl, er hat was gemacht. Achtung, Damen und Herren, ebenfalls noch einmal in der Schrieglage-Balance. Er versucht einmal seine Maschine während der Fahrt auf die Hinterräder zu holen, ohne die rechte Seite dem Boden zu berühren. Möge die Übung klingen. Achtung, jawohl, schauen Sie mal, Damen und Herren, so sieht das aus, Damen und Herren. Ist ja nun dieser verdient Applaus ab, Marla und Roseli. Das ist ja nun dieser verdient Applaus.